Das mörderische Wesen des okkulten Jerusalem Die dem Herrn angelobte Burgstatt entartete zu einer Hure, in der Mörder übernachteten, was dem Charakter der in der Offenbarung geschilderten Babylon gleicht. Jes. 1,21 Die Vision, die Jesaja, der Sohn des Amoz, über Juda und Jerusalem geschaut hat in den Tagen des Usia, Jotham, Achaz, Hiskia, den Königen von Juda. Wie ist zu Hure geworden die treue Stadt? Sie war voller Recht, Gerechtigkeit wohnte darin. Und jetzt Mörder! Die böse Stadt Jerusalem verkehrt mit vielen Liebhabern und befleckt die Erde mit ihren Hurereien und der Verderbtheit ihres Tuns. Sich von Gott abkehrend richtet sich ihr untreues Herz auf die Berge, d. h. auf die Häupter bzw. Regentschaften und deren Hörner, also deren Regenten aus. Jeremia 3,1,2,6-8 Er spricht, wenn ein Mann seine Frau entlässt und sie von ihm weggeht und die Frau eines anderen Mannes wird, darf sie wieder zu ihm zurückkehren? Würde dieses Land nicht ganz und gar entweiht werden? Du aber hast mit vielen Liebhabern gehurt und du solltest zu mir zurückkehren? Spricht der HERR. Hebe deine Augen auf zu den kahlen Höhen und sieh! Wo bist du nicht geschändet worden? An den Wegen saßest du für sie wie ein Araber in der Wüste und du hast das Land entweiht durch deine Hurerei und durch deine Bosheit. Und der HERR sprach zu mir in den Tagen des Königs Josia, hast du gesehen, was Israel, die Abtrünnige, getan hat? Sie ging auf jeden hohen Berg und unter jeden grünen Baum und hurrte dort. Und ich sprach, nachdem sie das alles getan hat, wird sie zu mir zurückkehren. Aber sie kehrte nicht zurück. Und ihre treulose Schwester Judah sah es, und sie sah auch, dass ich Israel, die Abtrünnige, eben deshalb, weil sie die Ehe gebrochen, entließ und ihr den Scheidebrief gab. Doch ihre Schwester Judah, die Treulose, fürchtete sich nicht, sondern ging hin und trieb selbst auch Hurerei. Die ungläubige Stadt Jerusalem schreitet in ihrer Abtrünnigkeit aus, ihre Söhne schwörenden Götzen und Ehebrechen im Haus der Ruhre. J. 5,1 und 5-7 Durchstreift die Gassen Jerusalems, seht doch und erkundet und sucht auf ihren Plätzen, ob ihr jemanden findet, ob einer da ist, der Recht übt, die Treue sucht, so will ich ihr vergeben. Ich will doch zu den Großen gehen und mit ihnen reden, denn sie kennen den Weg des Herrn, das Recht ihres Gottes. Doch sie haben alle zusammen das Joch zerbrochen, die Stricke zerrissen. Darum schlägt sie ein Löwe aus dem Wald, ein Wolf, der Steppen, überwältigt sie, ein Leopard lauert in ihren Städten. Jeder, der aus ihnen hinausgeht, wird zerrissen. Denn ihre Vergehen sind viele, zahlreich ihre Treulosigkeiten. J. 6,1 Weshalb sollte ich dir vergeben? Deine Söhne haben mich verlassen und schwören bei Nichtgöttern. Obwohl ich sie schwören ließ, haben sie Ehebruch getrieben und laufen scharenweise ins Hurenhaus.